Ich will euch erst mal erklären, was sind eigentlich Dreieckszahlen. Und das Wort kommt nicht von ungefähr, das Wort kommt von dieser Figur hier und die ist ein Dreieck. Wir gehen jetzt im Endeffekt hin und zählen jetzt diese Kugeln. Wir beginnen aber links unten und nehmen nur diese eine Kugel. Dann würden wir jetzt sagen, die erste Dreieckszahl ist die 1. Und wenn wir jetzt die nächste höhere Dreieckszahl haben wollen, dann muss ich 1 plus 2 rechnen. Und jetzt kriegen wir auch dieses System, weil das nächste Dreieck ist dann dieses hier. Oder wir deuten es mal noch ein bisschen besser an. Diese hier zusammen ergibt dann die nächste Dreieckszahl und danach würden wir dann gerade so weitermachen. Also hätten wir jetzt hier, die zweite Dreieckszahl ist dann die 3. Für die nächste müssen wir dann rechnen 1 plus 2 plus 3. Das ist dann im Endeffekt die 6. Das wären dann quasi all die Dinger hier. Jetzt sieht man auch langsam, was ich meine. Das Dreieck wird dann immer größer, das wir dann nehmen. Jetzt müssen wir die nächste nehmen und das wäre ja eigentlich 1 plus 2 plus 3 plus 4. Also wäre es doch jetzt eigentlich schlauer und zeitsparender, wenn wir einfach direkt 6 plus 4 rechnen. Dann wäre die nächste nämlich 10. Jetzt würde bei der nächsten, bei der fünften Dreieckszahl, 5 dazu kommen. Also 10 plus 5 sind 15. Bei der nächsten würde 6 dazu kommen, also sind wir bei 21. Hier können wir jetzt auch eine wichtige Regel ableiten an der Geschichte. Ich schreibe euch die Regel mal hin und dann erkläre ich sie nochmal. Also wir haben jetzt gesehen, ich muss auf die fünfte Dreieckszahl 6 draufrechnen, um zur sechsten zu kommen. Also können wir auch ganz allgemein zu sagen, um zur n-ten Dreieckszahl zu kommen, müssten wir den Vorgänger davon nehmen, das ist n minus 1 und n dazu rechnen. Das ist eine von den wichtigen Formeln zusammenhängen, die nochmal dann abgefragt werden können zu der ganzen Geschichte. Die zweite wichtigste Formel, die wir dazu auswendig können müssen, ist, es gibt tatsächlich eine Formel, mit der wir die n-te Dreieckszahl direkt ausrechnen können. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel die 10. Dreieckszahl haben wollen, ist es dann wirklich zwingend notwendig, eine davor auszurechnen, Nein, wir könnten es auch einfach direkt mit der Formel da oben machen. Ich werde die jetzt einmal exemplarisch anwenden. Also angenommen, wir wollten die 10. Dreieckszahl haben, dann ist n gleich 10 und dann rechnen wir quasi 10 mal 10 plus 1 halbe. Kürzen wir das noch, wir können die 10 und die 2 kürzen, dann haben wir nur noch übrig 5 mal und das ergibt 11. Unten haben wir noch 1, die schreiben wir mal hin, können wir aber weglassen. Dann wissen wir direkt, der Wert für die 10. Dreieckszahl ist 55, ohne die lästigen Zwischenschritte machen zu müssen in der Klausur. Damit könnten wir dann nämlich Zeit sparen.